Weihnachten steht vor der Tür. Liebe Clubbesucher und Besucherinnen, darf Sie recht herzlich zu unserem heutigen Weihnachtsklub. Hier im Gasthaus Wallner in den neuen Räumlichkeiten begrüßen. Heuer haben wir ein bisschen mehr Platz. Und was gibt es Schöneres vor Weihnachten, als wenn man den Kindern zusehen kann, wie sie sich freuen auf Weihnachten, wie sie sich vorbereiten auf Weihnachten, wenn sie uns Lieder, Gedichte oder ein Hirtenspiel vortragen. Und dazu darf ich recht herzlich begrüßen die Musikschule Ernst Hoffen unter der Leitung von Jitschka Gertig. Untertitelung im Auftrag des ZDF 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 ZDF